Diese hier zum Kauf angebotene neuwertige 3-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Berlin-Pango. Die Immobilie wurde 1919 erbaut und wird über eine Etagenheizung beheizt. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über eine Einbauküche. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bei einer Wohnfläche von ca. 99 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf 480.000 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.